So Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Black Ops 2 Online. Wir spielen noch mal eine Runde Stock und Stein. Da, ja, ich auf dem letzten Abend war und die Lobby nicht gelieft bin, sondern die Lobby nicht gelieft habe. Ja. Tolles Deutsch, ne? Die Lobby nicht verlassen bin. Ja. Das ist auch ein Deutschlechter und der hat jetzt gerade eine Salzstange am Mund. Hoffentlich erstichst du dran. Hey, sowas ist Schmankheim. Ja, das war ja auch nicht ernst gemeint. Wer weiß, du bist ja so sick. Du bist... Ernsthaft, gronfix. Wir müssen in die Lobby wechseln müssen. Ja, komm. Wirklich, äh, die Abos kann man vergessen. Dieses Wechseln der Waffen auf dem Mausrad. Riecht mich derbe auf. Na, komm. Ja, wo sind denn alle? Gestakt. Geht doch. Da war noch mal irgendwo einer. Genau, da. Gestakt. Wunderbar. Oder ist noch mal einer? Ach, komm. Na, wir kommen nicht eben so. Oh, das war's gar nicht, du. Schade. Er lacht schon. Uuuuh. Weil er denkt, er kann mich töten. Von wo? Ich bin unsterblich, Mann. Natürlich. Nee, der jetzt rauskommt, wird getomaukt. Nein! Fuck, stirbt. Ja, genau, Xerras. Wie früh fängt der an zu neifen? Denk ich mir bei dir jedes Mal auch. Ah, fuck. Los, Alter. Von hinten. Ey. Wurde der Eiskalter gespawnt? Tom auch. Sehr gut. Fuck. Scheiße. Das war aber knapp. Ich müsste gleich mal schreiben Tomahawk wechs. Du nimmst? Niemals. Aber ich tomahaucke jeden. Und getomahockt. Ja, Crowfix, du hast an, Alter. Jetzt bin ich auch mal so assi wie alle anderen hier. Was? Er demütigt mich. Fuck. Ich habe überhaupt keine Punkte, er demütigt mich. Okay. Ihr Alter, ich lebe hier gerade in der Angst, getomahockt zu werden, aber die ganze Zeit. Fuck. Fuck off. Der Tomahawk ist irgendwie gerade irgendwo abgeprallt und zurückgesprungen. Ich tomahocke jeden. Du hast also gute Chancen, hier richtig zu gewinnen. Geht auch eine Runde einfach nur die ganze Zeit tomahocken. Ja, der meiste gerade die meiste Zeit nur tomahocken. Also du hast richtig gute Chancen, wenn du das vermasselst, bist du richtig schlecht. Sag mal, ich kill die ganze Zeit diesen Dr. Divas. Ja, Dr. Divas, genau, Dr. Dias. Ich bin übrigens Dritter, das ist sehr gut. Was soll das denn erwischt? Boah. Ich glaube, der Schleim im Hals. Schleim im Husten, wollte ich schon sagen. Das ist natürlich eine sehr treffende Beschreibung, wenn man Schleim im Husten hat. Das hört sich eklig an. Ist ja auch eklig. Nein! Er hat dich getroht! Es war so offensichtlich. Nein! Nein! Ach! Ich werde nie wieder Stock und Stein spielen. Und immer so, dass ich 30 Sekunden Zeit habe, um die perfekten Punkte aufzuholen, die ich niemals aufpucken. Ich lache jetzt wie ein Mädchen, aber das ist egal. So, was ist denn sonst? Ich brauche jetzt noch sechs Kills. Du, fick dich doch einfach. Ja, komm, ist doch so offensichtlich, dass ich es nicht schaffe. Wir raten mal, wer auf dem dritten Platz ist. Und wenn ich... ...ein Mitte auf drei ist! Da bricht der den Laden durch. Mal gucken, Lastkill. Bringt hier aber auch nichts. Ja, das war's, Leute. Ich würde sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, weil die nächste Runde ja so gut lief. Werde ich die nächste Runde natürlich. Keine Such... Äh, was tun, um zu zerstören. Keine Stock und Scheiße, ähm... ...herbringen. Ja. Ja, das geht. Bis zum nächsten Mal. So, Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Black Ops 2 Online zusammen mit dem Ice Guy. Und wir spielen jetzt ein Gun Game. Weil auf alles andere habe ich gerade überhaupt keinen Bock. Und Gun Game ist wirklich noch das Einzige, das enorm viel Spaß macht. Ich schreibe gerade jemanden, ich werde genötigt aufzunehmen. Ja. Sag mal, Karin, wie oft hatten wir die mehr Beute schon? Oh, ja, fünfmal oder so. Nein, gefühlte viermal oder so. Vier, dreimal. Gefühlte viermal, aber wir hatten sie fünfmal. Das macht natürlich Sinn. So. Na dann. Gun Game. Auf das ich, äh, auf den ersten Mal zu richten. Auf das ich dich eh nicht so hasst. Ja, Gott. Ich habe aber fünfmal daneben geschossen. Das hast du gemerkt. Nein, habe ich auch nicht. Ich bin schon bei der hässlichen, hässlichen Waffe. Wo bist du denn jetzt drin? Wie mir immer gesagt, ich muss besser auf die Karte gucken, ne? Das ist richtig schlimm. Oder ich muss allgemein mal auf die Karte gucken, als würde ich nie da drauf gucken. Leck. Geht doch. So. Er wartet da drin. Er wartet da drin auf mich. So können wir natürlich weiterarbeiten. Wir arbeiten nicht. Ja, ich sag das einfach immer. Leck. Tot. Habe ich gesehen. Weißt du, ihr seid so Lappen, ihr könnt mich nur durch Lecks killen. Ich wurde gedamitigt. Oh. Diese totale Pustier. Ja, hallo. Wolltest du das eigentlich mit der Range von der Waffe los? Ich kann mit dieser Pistole nichts treffen. Die ist scheiße. Geht doch. Warum zuerst treffe ich immer im Sprung, aber sonst nicht? Verstehe ich nicht. Na, ha, ha, geht doch. Frohe, wenn du überhaupt in der Tafel bist. You're a mortal ham. Toller Name. Das gibt es nicht, Alter. Verdammt, ich wollte dich gerade demütigen. Ja, gut. Die Chance, dass du es geschafft hättest, war ja sehr gering. Ey. Just saying, just saying. Ich hasse diese scheiß Pistole. Schau, der ist in den Himmel. Er ist sehr bewirkt. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Na gut, er ist überbewirkt. 4,8. Immortal Cheese. Netter Name. Nein, das gibt es nicht. Was ist denn so schlimm? Hat er dich geneivet? Hat er dich wirklich geneivet? Nein. Ne, was ist denn so schlimm daran? Ich häng auf dieser scheiß Pistole rum. Okay, jetzt nicht mehr. Alles cool. Meine Fresse, Alter. Wie? Moment. Immer noch auf der selben Pistole. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich schon bei der zweiten Shot dran. Oh. Ach so. Okay. Ja, fick dich doch. Das war ich übrigens. Ey, toll. Der hat gleich gewonnen, ne? Ja, ich weiß. Komm, jetzt gefälligst du. Fuck. Wo? Ja, genau. Ist klar. Ey, den musst du jemanden nifen. Diesen Partner da, diesen Ray, äh, Rhys, Rhys, Rhys Partner. Den muss irgendwie nifen. Ist so gut, um geneivet zu werden. Der ist nicht gut. Der kriegt es ja nicht mehr, noch weiter den Kill zu machen. Ja, willst du mich verarschen? Ist das dein Ernst? Wie oft muss ich eigentlich auf deinen dummen Kopf schießen, bis du stirbst? Ja, geht doch. Boah, ernsthaft, ey. Da war dieser Partner. Jetzt kommt, ach man, hättest du mir den Kill nicht, hättest du mir den Kill nicht lassen können. Ernsthaft. Boah, das Spiel regt mich gerade extrem auf. Ich erinnere mich gerade an jemanden, der gesagt hat, also, ich habe jetzt gerade wieder Lust. Okay, der ist zu weit weg. Ja, erwischt. Guck ich mir jetzt an. Hardscope, der Lappen. Oh, jawohl. Nein! Jawohl. Wie, Fehler gemacht. Sonst klappt das doch auch immer. Klasse. Ich hätte diesen Reese fast gemessert, aber das ging dann doch nicht. Noob-Tuber. Noob-Tuber. Jawohl, gestockt. Und? Ja. Schau mich dir an. Bär. Wie gut, wie gut. Alles klar, Leute. Das war's für die Debatte. Ich würde sagen, mach du, du bist du nix. Das ist ein Drecksgame. Mach du, du bist du nix mal.